Bürgergeldbezieher aufgepasst, die Schonfrist, die Karenzzeit für Sie läuft am 31.12.2023 aus. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, zum Jahresende 2023 läuft die Schonfrist für alle diejenigen Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger aus, die ab dem 1. Januar 2023 Bürgergeld empfangen haben oder seit diesem Datum Bürgergeld beziehen. Ich denke mir, dass manchen Betroffenen von Ihnen noch gar nicht so richtig klar ist, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht haben Sie auch die Frist nicht im Kopf, aber wir haben die Frist für Sie gesehen. Vergünstigungen gegenüber dem regulären Bürgergeld enden somit für viele von Ihnen am 31.12.2023 oder vielleicht ein bisschen später, je nachdem, wie schnell die Jobcenter reagieren. Aber glauben Sie mir bitte eins, aufgrund der aktuellen Entwicklung der Haushaltslage des Bundes, Sie kennen ja das Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus November 2023, kann das relativ schnell gehen, dass hier eine ganz große Kostensenkungswelle auf Sie zukommt. Und dieses Schonfrist, diese Karenzzeit, die am 31.12.2023 beginnt oder ausläuft, Entschuldigung, ausläuft, die betrifft die Kosten der Unterkunft und das sogenannte Schonvermögen. Und damit Ihnen unangenehme Überraschungen erspart bleiben, habe ich mal für Sie ganz kurz zusammengefasst, um was es da eigentlich im Detail geht. Ich habe mal hier eine kleine Übersicht gemacht. Gucken Sie es bitte mal an. Ich hoffe, ich kriege es noch ein bisschen größer. Ich denke mal, das können Sie ganz gut lesen. So, was ist eigentlich die Schonfrist, die Schonzeit? Ist beim Bürgergeld sind die ersten Kalendermonate, in denen Betroffene diese Schonfrist in Anspruch nehmen können. Sie gilt als Übergang, während die Sie sich oder in der Zeit, wo Sie auf Bürgergeld angewiesen sind, noch keine günstigere Wohnung haben suchen können. Auch beim Vermögen, das nicht an das Bürgergeld angerechnet wird, sind die Regelungen großzügiger. Diese Karenzzeit wird gewährt für ein Jahr ab Beginn des Monats, in dem erstmals nach dem Sozialgesetzbuch entsprechende Leistungen bezogen worden sind. Und jetzt gucken wir uns das mal mit dem, mit den Kosten der Unterkunft an. Wer also ab dem 1.1.2023 Bürgergeld bezogen hat, der hatte wirklich tatsächlich Glück. Dem werden die tatsächlichen Wohn- und Mietkosten vom Jobcenter gezahlt. Es findet keinerlei Angemessenheitsprüfung statt. Das, was wir im Hartz IV hatten, ist ab dem 1.1.2023 für eine befristete Zeit sozusagen weggefallen. Das war diese sogenannte Schonfrist. Also für diejenigen, die ab dem 1.1.2023 Bürgergeld bekommen haben, die hatten hier die entsprechende Schonfrist. Natürlich läuft diese Schonfrist für alle diejenigen auch entsprechend weiter, die jetzt zum Beispiel am 1.5. oder ab 1.11.2023 erstmals Bürgergeld bezogen haben. Aber wir reden hier von denen, die ab dem 1.1.2023 das Bürgergeld bezogen haben. So. Und da endet sozusagen die Schonfrist für den Wegfall der Angemessenheitsprüfung. Und die geht dann wieder los. Das heißt also, das Jobcenter prüft ab dem 1.1.2024, das werden die mit Sicherheit auch tun, ob ihre Wohnkosten angemessen sind. Und die zahlt Ihnen nur noch das, was das Jobcenter zahlt Ihnen an Wohnkosten dann nur noch das, was es auch tatsächlich als angemessen hält oder was es für angemessen hält. Und wenn Sie bereits eine Miete zahlen, die in dem Bereich dessen ist, was angemessen ist, dann müssen Sie sich eigentlich keinen Kopf machen. Aber für diejenigen, die also teureren Wohnraum haben und aktuell die Kosten ersetzt bekommen, im Rahmen des Bürgergeldbezugs, denen droht tatsächlich eine Kostensenkungswelle. Übersteigen nämlich die tatsächlichen Wohnkosten die örtliche Angemessenheit, dann steht den Betroffenen tatsächlich eine Kürzung der bis zum 31.12.2022 übernommenen Wohnkosten ins Haus. Das Jobcenter schickt Ihnen aber vorher eine schriftliche Aufforderung, die Wohnkosten nach auf die örtlichen Richtlinien zu senken. Das wird so kommen. Und innerhalb von bis zu sechs Monaten nach dieser Aufforderung werden die tatsächlichen Kosten weitergezahlt. Also es geht sozusagen am 1.1.2024 noch nicht komplett rum oder los. Aber da kann es schon mit den ersten Aufforderungen, die Wohnkosten zu senken, tatsächlich losgehen und dann entsprechende Nachweise zu führen. So und wenn Sie aber nachweisen können, nach den sechs Monaten, dass Sie nicht in der Lage sind, die Wohnkosten zu senken, weil zum Beispiel Wohnungsnot herrscht, weil Sie eine barrierefreie Wohnung brauchen für Menschen mit Behinderung oder möglicher Umzug nicht möglich ist oder sonstige Dinge, dann kann es sein, dass auch Ihre bisherigen übernommenen Wohnkosten noch angemessen sind. Aber ich gehe davon aus, das ist unsere Erfahrung aus einigen Fällen, die wir auch vertreten haben im Bereich von Hartz IV, das liegt schon längere Zeit zurück, wird das oftmals praktisch zur Kürzung kommen und dann gehen Sie los zum Gericht und versuchen sich dort Ihr Recht zu holen. Aber letzten Endes wird das Jobcenter erst mal dann in diesen Fällen knallhart die Wohnkosten senken. Das ist das eine. Und wenn sie gesenkt werden, die Wohnkosten, geht es dann an Ihren Regelsatz ran. Und das wäre natürlich nicht so günstig. Das zweite, die Schonfrist beim Vermögensfreibetrag sinkt. Und zwar hier schon knallhart ab dem 01.01.2024. In der Karenzzeit haben Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger ein Schonvermögen von 40.000 Euro und zwar bei jedem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Nach Ablauf eines Jahres sinkt diese 40.000 Euro auf 15.000 Euro runter. Muss man sich mal vorstellen, sind 25.000 Euro weniger anrechnungsfreies Schonvermögen. Das heißt also für Bürgergeldempfänger ab 2024, er oder sie haben keinen Anspruch auf Zahlung des Bürgergeldes, solange sie verwertbares Vermögen besitzen, das sie nutzen können, um ihren Lebensunterhalt selbst zu finanzieren. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wenn Sie also im Jahr 2023 35.000 Euro anrechnungsfreies Schonvermögen haben oder hatten auf dem Konto, dann sinkt der Vermögensfreibetrag dann ab dem 01.01.2024 auf 15.000 Euro. Wenn Sie diese 35.000 Euro immer noch auf Ihrem Konto haben als Vermögen, dann müssen Sie so lange aus Ihrem privaten Vermögen Ihr Leben und Ihr Unterhalt selbst finanzieren, bis Sie nur noch ein Schonvermögen von 15.000 Euro haben. Das heißt also, Sie müssen praktisch von den 35.000 Euro, die Sie auf Ihrem Konto haben ab 01.01.2024, 20.000 Euro selbst runternehmen und aufbringen, um Ihr eigenes Leben zu finanzieren. Wenn Sie dann nur noch 15.000 Euro auf dem Konto haben, dann haben Sie wieder einen Zahlungsanspruch auf das Bürgergeld. Meine Damen und Herren, ich finde das eine ganz wichtige Information. Sehr einschneidende Maßnahmen für diejenigen Betroffenen, die seit dem 01.01.2023 Bürgergeld beziehen. Das sollten Sie wirklich auf der Pfanne haben. Das sollten Sie wirklich als Termin haben und sich dann entsprechend mal hinsetzen und prüfen, was Sie jetzt hier machen können, damit Sie nicht in eine Kostenfalle bei der Angemessenheitsprüfung Wohnkosten und bei der Anrechnung Schonvermögen auf das Bürgergeld kommen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.